Herzlich willkommen zum Spielbericht des spannenden Bundesligaspiels zwischen Bayern München und Hoffenheim. Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die beiden Mannschaften auf den Rasen traten. Von Anfang an zeigte Bayern München seine Klasse und dominierte das Spielgeschehen. Mit präzisem Passspiel und schnellen Angriffen brachten sie die Abwehr von Hoffenheim immer wieder in Bedrängnis. In der 20. Minute erzielte Robert Lewandowski das erste Tor für Bayern München nach einem perfekten Zuspiel von Joshua Kimmich. Die Fans waren außer sich vor Freude. Doch Hoffenheim gab nicht auf und kämpfte weiterhin um jeden Ball. In der 35. Minute gelang ihnen dann tatsächlich der Ausgleichstreffer durch Andrei Kramaric. Die zweite Halbzeit begann mit viel Tempo und Spannung. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, aber es dauerte bis zur 75. Minute, als Kingsley Coman einen wunderschönen Schuss ins Tor von Hoffenheim hämmerte. Die Fans jubelten lautstark. Bayern München ließ nichts mehr anbrennen und verteidigte geschickt ihre Führung bis zum Schlusspfiff. Mit diesem Sieg hat Bayern München bewiesen, warum sie zu den Top-Teams der Bundesliga gehören. Was für ein fantastisches Spiel, voller Leidenschaft und Emotionen. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Ihnen am meisten an diesem Match gefallen hat und wer Ihrer Meinung nach der Spieler des Spiels war. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Bundesliga-Highlights zu verpassen. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie sehen, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Bundesliga-Highlights zu verpassen. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie sehen, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Bundesliga-Highlights zu verpassen. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie sehen, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Bundesliga-Highlights zu verpassen. Teilen Sie mir die